So, sag mal, hallo liebe Patentante, wenn Gabi geht, dann warte ich immer hier, stell mich nach oben, bekomme ich nochmal ein extra Leckerli, ne? Oh, die anderen Sachen sind dir egal, ne? Das extra Leckerli ist wichtig. So, mach dich, sonst sind ein paar Krümel runtergefallen. So, bis morgen, bis morgen, Schnecke.